Hallo ihr Lieben, ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen für meine Arbeit und da habe ich mir gerade noch mit jemanden unterhalten und da kam so die Erkenntnis, lasst mit dem Video, was ich vorher gemacht habe, die Schmerzen los, genau so. Was ist, wenn wir alle ein Stück von diesem Schmerz tragen? Schmerz, klingt so, aber wenn das, was ich so gesehen habe in den letzten Tagen, in den Heilprozessen, dann ist das definitiv ein Schmerz und den dürfen wir in uns natürlich dann auch erlösen und das ist dann wahrscheinlich auch das, was diese Emotionen hervorholt. Denkt darüber nach und wenn was in euch hochkommt, lasst es raus. Es werden bestimmt in den nächsten Tagen noch mehrere solche Erkenntnisse kommen. Also, ich wünsche euch was. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.